Musik Guten Abend meine Damen und Herren, ich würde Sie gerne begrüßen in unserem Hoftheaterchen, in unserem Theaterchen im Hof Dresden, Weißig, Hauptstraße 35. In unserem Theaterchen der Nähe, ich habe oft gesagt, träume nicht dein Leben, sondern liebe deine Träume. Und das geht auf dem Theater. Für mich ist Theater Leben, mehr Leben. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie einige von Ihren Träumen auch bei uns finden würden. Ich fühle mich sehr wohl hier. Ich bin sicher, Sie auch. Ich bin sicher, Sie auch.